Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Universum. In der letzten Folge habe ich euch eins vorenthalten und zwar habe ich dieses Archiv noch gebaut. Äh, ja. Damit ich speichern kann. Das habt ihr jetzt leider nicht gesehen. Aber dafür machen wir jetzt einfach mal weiter. Äh, ich weiß jetzt nicht wie viele Folgen es noch geben wird. Ich weiß nicht wie viel, dass es jetzt effektiven, äh, zu diesem Zeitpunkt des Spiels zu entdecken gibt. Aber, wir spielen einfach mal weiter. Wir schauen uns das alles einfach mal an. Äh, vielen Dank übrigens für die Unterstützung beim letzten Video. War mal wieder eins, das anscheinend sehr gut angekommen ist. Das freut mich. Äh, genau. Hier. Das ist unser, hier heißt, Archiv. Wir haben, äh, zu diesem Archiv haben wir einen, äh, ein Nugget, ja, zuweisen müssen. Das hier ist unsere, äh, Wasserpumpe. Und hier hinten ist das erste Häuslein. Jo, genau. Jo, genau. Eine Steinhütte benötigt. Zwei Wasser. Und bekommt es auch. Hm. Schacki und Jumbos sind jetzt verheiratet. Und was ist das hier? Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wird wieder gebaut. Wir können, denke ich mal, hier mal reinschauen. Was können wir eigentlich alles bauen? Also wir haben hier Produktion. Da gibt es einmal die Wood Refinery, also Holzverarbeitung und die Steinverarbeitung. Dann haben wir hier noch, ähm, Nahrung, Nahrung, ein lokaler Markt und ein Bunker. Ah, okay, es gibt anscheinend Disasters auch schon. Dann hier haben wir ein Reservoir. Und ein Währhaus, ein Lagerhaus. Die Wasserpumpe haben wir ja schon. Das Archiv habe ich auch schon gebaut. Äh, bei. Also, es hat nicht lange gedauert, bis die Nuggets herausgefunden haben, dass wenn man sich ein klein wenig mit dem Wetter beschäftigt... Ui, 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 was ist denn hier los? Ah, da liegt Liebe in der Luft. Und deswegen gibt es jetzt halt hier einen Wetterturm. Ziemlich cool. Und Epicenter. Engineers. Ha, 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 ha. Ah, okay. Also, das müssen wir gleich als nächstes jetzt mal bauen hier. Ich kann das hier nicht hinbauen. Ach, hier kann ich es hinbauen. Genau. Äh, das benötigen wir, um unsere Gebäude, die ja mit der Zeit verfallen... Moment. Hier, ja. Da sind wir schon bei 89 Prozent und so weiter. Und das können wir jetzt halt eben hier mit diesem Gebäude beheben. Okay. Was ist mit... Diesem, äh... Ach ja, genau. Ähm, wenn man irgendwie jetzt etwas haben möchte, dass das priorisiert wird, beim Abbau zum Beispiel, dann muss man da draufklicken, dann kommen diese, diese wunderschönen Partikel und das ist dann halt im Endeffekt ein Wunsch Gottes. Ja, so kann man das nennen. Hm, was haben wir denn hier? Ach ja, das ist die Forschung. Sechs Minuten noch. Ähm, bum, bum, bum. Was haben wir hier? Fishing, Storage Areas und Agriculture. Ich würde sagen, wir machen hier mal die Agriculture, also die Landwirtschaft. Dauert fünf Minuten, bis es erforscht ist. Ah, sehr gut. Wer wohnt hier? Chambos und Shaki. Sehr gut. Und hier haben wir zwei... Zwillinge anscheinend. Ei, 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 ei. Adai und Elu, ihr zwei Schweine. Ei, ei, ei. Ah, okay. Also anscheinend ist diese Nummer hier die Anzahl, wie viele Jahre unserer Zivilisation oder wie viel... Oh, da geht es heute runter. Blä, 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 blä. Ah, okay. Einfach nur, wie lange das unsere Zivilisation existiert. Was haben wir hier? Bug Report, brauchen wir nicht. Und, naja. Sehr schön. Oh, Shalou wurde geboren. Hallo Shalou. Wo bist du denn? Ah ja, hier läufst du rum. Sehr gut. Wie schaut es hier aus? Es wird gebaut. Vielleicht. Wir brauchen dann auch eben bald mal was zum Essen oder Futter, dementsprechend. Ah, jetzt machen wir hier mal ein bisschen schneller. Okay, dann müssen wir hier noch jemanden assignen. Bam, bam, bam. Okay, dann machen wir Elu. So. Und Elu macht jetzt normalerweise nichts anderes außer Sachen zu reparieren, zu bauen, etc., etc., etc. Ja, genau. Gehen wir mal hier mit. Ah, genau. Prügel noch drauf ein. Das arme Ding. Was haben wir hier? Ist das hier was Essbares? Anscheinend nicht. Wir brauchen dann auch schon langsam ein Lager. Das sollten wir dann gleich im Anschluss erforschen. Mhm. Ich meine, das mit der Macht, das habe ich noch nicht ganz heraus. Was wir jetzt eigentlich damit tun können. Schauen wir mal. Beeinflussen. Beschützen. Krillen. Ah, okay. Also, sie haben gesagt, das mit der... So. Machen wir hier mal wieder Normalspeed. Also, das mit der Forschung von Agriculture war ganz okay. Es war zwar ein bisschen trickreich, aber sie haben sie jetzt zum Schluss doch noch geschafft. Dann können wir ja jetzt mal hier reingehen. Was ist das hier? Äh, eine Farm. Okay. Und? Hier hingebaut. Das ist doch relativ groß, die Farm. Trinkt man wieder ein bisschen Sand. Ja, trinkt es noch. Habt schon recht. Ah ja. Ja, das nehmen wir jetzt auch noch mit. Ja, das nehmen wir jetzt auch noch mit. Wieso nicht? Was haben wir hier noch? Storage Areas und Cooking. Wir sind eigentlich die Storage Areas schon ganz recht. Brum, brum, brum. So. Ich hoffe, ihr hört das im Hintergrund nicht, weil bei mir im Hof bei der Haustür, ähm, ja, ein paar Kids noch spielen und die relativ laut sind. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ich hoffe nicht. Wenn schon, dann tut's mir leid. ein Reservoir. Ja. Ein Reservoir. Hm. Hm. Ah, okay. Das ist einfach nur ein stinknormaler Speicher. Hm. 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 Okay. Also wenn wir uns dazu entschließen, ähm, einen Brunnen zu bauen, dann sehen wir, ähm, einen Status, wenn wir, also eine Nummer als Status über, wenn wir mit der Maus über, über diesen Brunnen gehen. Hm. Ah, okay. Und das zeigt uns, wie schnell, dass der Brunnen wieder gefüllt wird. Ah, 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 ah. Okay. Gut. Okay. Hier haben wir 20. Aber hier können wir überall nichts bauen. Das ist schade, schade, schade. Gehen wir mal hinter. Okay. Ich will das, hätte das gerne hierhin gebaut. Ah, perfekt. Na ja, das wird schon. Dauert jetzt seine Zeit, bis es aufgefüllt ist. Ist aber okay für mich. Die Farm wurde vollständig. Oh. Oh. Dann. Machen wir hier mal auf Normal Speed, bitte. Gut. Okay. Also Farm haben drei Arbeiterschlots, die man eben dieser Farm zuweisen kann. Okay. Und diese Nuggets kümmern sich nur ums Pflanzen, Bewässern und Ernten. Ähm, ähm, hm, 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 hm. Ah, okay. Farms brauchen kein Wasser, damit sie funktionieren. Okay, das braucht man nur, wenn Samen gepflanzt werden. Ah, okay. Und es entscheidet sich im Endeffekt, welche Art, das wir hier an Futter anbauen, wie viel Wasser das wir brauchen. Naja, wir müssen natürlich schauen, und je nachdem, was wir pflanzen, kommt auch, also kommt das Biom drauf an, in dem, wo wir sind. Bei uns ist ja Grasland hier. Und wir müssen schauen, was das Klima angeht. Das haben wir übrigens hier oben. Oh, ein neues Kind allein. Okay, genau. Ja, hier ist nochmal, einige wachsen schneller im Grasland, andere halt eher in der Wüste. Hm, okay. Okay, also wir können alles hier pflanzen, aber was halt passieren kann, ist, dass, ähm, ja, das benötigte Wasser und die Zeit, bis es vollständig ausgewachsen ist, länger dauert. Und der Output für, äh, also der Nahrungs, die Nahrungsausgabe ist dafür weniger. Gut. Okay, Farms haben zwei lokale, äh, Lager. Plätze, jetzt machen wir hier mal Pause, nicht, dass wir irgendwas verpassen. Ah, 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 okay. Also eins ist für Nahrung und das Zweite ist für, oh Gott, für die Frucht. Hm, hm. Ah, Kräuter. Okay, und die, ähm, füllen sich in der Zeit, wenn halt unsere Arbeiter, äh, ernten. Sollten sie wohl sein. Ja, okay. Ja, hören sie halt auf, irgendwas zu ernten oder zu pflanzen. So lange, bis halt das Lager wieder leer ist. Das ist ja ganz normal. Außer wir bauen halt nochmal Lagerhäuser. Mhm. Okay, es kann nur ein Typ von, äh, Pflanze hier angepflanzt werden. Ah, okay. Es wird immer im Frühling oder im Sommer gepflanzt und im Anschluss dann geerntet. Ah, okay. Change the crop button, können wir klicken. Alles jetzt jetzt, mhm, mhm, mhm. Ja, wir müssen halt, ja, wir schauen uns das jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Okay. Ah, also, Juice crop. Wir sind hier im Grasland. Das ist schon mal schön. Äh, Wasser. Okay, wir bekommen davon 8 Nahrung und wir benötigen 4 Wasser. Dauer sind es 4 Minuten. Okay. Forest haben wir natürlich nicht. Forest haben wir natürlich nicht. Dann hier herunten. Es dauert 16 Minuten. Es sind 26 Nahrung, was wir bekommen und wir benötigen 26 Wasser zum Pflanzen. Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt gleich mal und das ist die, äh, Crystalline Grape Apple. Aha. Was haben wir denn noch alles? Deadly Seed. Dragon Egg Fruit. Mhm. Auch cool. Okay. Also, wir nehmen die jetzt einfach mal. Oh, gibt es da noch mehr? Food and Herbs. Okay. Hm. Wobei, nehmen wir jetzt einfach mal den als erstes. Do nothing. Äh, Nehmen wir Dich und dich. Ah. Oh, wir sind im Winter. Verlockt. Kann man das ausbauen? Anscheinend nicht. Perfekt. Passt. Gut. Ah, okay. Also, die Storage ist schon mal fertig. Das Lager. Also, die meisten Kreaturen, also, die meisten Kreaturen mit Intelligenz, äh, mögen es, ja, unterhalten zu werden. Ähm, Local Business. Mhm. Ich würde aber gerne. Okay. Nuggets Hunger minus 2% und, äh, die Eatery. Nehmen wir doch einfach mal das. Na, jetzt, komm. Macht mal hinne. Ich hätte den Winter gerne hinter mir. Okay. Was haben wir hier noch? Äh, Nuggets Macht. Macht sauber. Macht was weiß ich was. Gut. Wie viele Kinderlein haben wir denn? Hier ist eines. Hier sind zwei. Naja. Hier haben wir schon mal vier Wasser. Es füllt auf. Es füllt auf. Das ist schön. Hier haben wir noch 99,8%. Gipfel mir auch. So, was haben wir denn? Was machst denn du? Planting crops. Ja, du weißt, wann du pflanzen sollst. Ah, okay. Hm. Ja, mach nur. Soll mir recht sein. Okay. Ich hätte halt gerne Anzeige. Wie lang hat das jetzt noch dauert? Bis. Äh, Sommer kommt. Das wär nett. Was hast du denn? Hm? Was ist denn los mit dir? Ah. Unhappy. Oh, müde. Hunger. Stoneheart is complete. Ach ja, hier hinten. Das ist schön. Dann geht's gleich rund. Kaum steht's Haus. Schon ist das erste Kind da. Ach. Eieieiei. Archiv. Haben wir sonst noch irgendwas? Ah. Ich glaub, das hier ist neu. Jo. Warehouse. Und das bauen wir doch mal hier herunten hin, neben die Farm. Okay. Gut. Wir haben halt die Nahrung fertig erforscht. Jetzt werden wir hier noch das Fischen mit hinzufügen. Gut. Das war's dann für die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einfach ein Like da. Und bis dahin, mein Name ist Erdakul. Ciao.